Ich stelle euch heute meinen Lieblingsort in Großwinternheim vor und ich sitze hier im Hof des neuen Bürgerhauses. Und wenn ich durch die Glastüren geradeaus gucke, kann ich durch die großen Glasfenster gucken und schaue in die Weinberge. Und es ist für mich das Haus mit dem schönsten Ausblick der Stadt Ingelheim. Und es ist überhaupt ein besonderer Dorfmittelpunkt. Hier ist eine Kita drin. Hier findet, wenn nicht Corona ist, der Seniorencafé von Roswitha Grün statt. Hier haben die Vereine Möglichkeiten, Räume zu bekommen. Hier trifft der Ortsbeirat seine politischen Entscheidungen und hier findet auch die Jugendarbeit statt. Es ist also ein richtig schöner, toll gelungener Dorfmittelpunkt.